WUSCH! Und herzlich willkommen zu meinem Vlog. Ja, ich Vlog jetzt meinen Schreibtisch. Und zwar haben wir hier zwei leere Wasserflaschen. Meine Wii U. Dann natürlich mein Bildschirm. Und da haben wir Leute im TS. Hallo Leute. Hallo, hallo, hallo. Ja, die laden auch gerade alle. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Auflogst du auch, wie man dann Ursaft hören kann? Dann habe ich natürlich eine Tastatur mit einer STRG-Taste, mit einer Windows-Taste, mit einer Alt-Taste, mit einer Leertaste. Dann haben wir hier noch meine Schreibtischlampe, die kann man anmachen. Oh, jetzt ist es direkt richtig hell. Dann haben wir hier noch auf meinem zweiten Monitor Steam. Das ist gerade kaputt. Mein Gamepad. Und hier unten haben wir noch meinen PC. Und meine Hose, die liegt da. Ach Gott, ich habe hier meine Hose gesehen. Ja! 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 Ja!